Du bist ein Riesen-Finalgegner Mit deinem halben Graffiti und dem Feature mit Sprachfehler Tamo, ich bin schon gespannt darauf, wie's weitergeht Wie wär's mit einem Breakdance, an dem die Beine fehlen? Und was ist mit deinen Freunden los? Ich weiß es nicht Warum sagen die dir nicht, dass deine Runde scheiße ist? Oder verstehst du das, nur wenn man den Vergleichen spricht? Eine Runde ist scheiße, wie eine Runde die scheiße ist Ich glaub ich muss auch mal etwas mit wie sagen Wie, der ist im Finale? Du bist mir technisch überlegen, das ist schön, ich weiß Technik ist für Rapper ohne Penis und Persönlichkeit Tamoflage, warum denkst du du hast Chancen? Bei deiner Runde hat Rügel längst gewonnen Ohne Kojak in der Runde hätte man sie längst vergessen Doch der Arme musste zu viel Worte mit nem Ethos sprechen